Yo, was geht ab Leute, Team Bobble hier mit der ersten Runde von unserem dritten DN-Turnier. Diesmal gesponsert von Gate to the Games. Alle Links und dazugehörigen Seiten könnt ihr unten in der Beschreibung finden, wie immer. Und die waren so freundlich und haben uns zwei Displays zur Verfügung gestellt. Also wie immer, erster Platz 1 Display, zweiter 16 Booster und dritter 8 Booster vom neuen Set Clash of Rebellions. Auf jeden Fall Spitzpreis, nochmal danke an die. Und wenn ihr nochmal alles nachlesen wollt vom ganzen Turnier und für weitere Turniere auf dem Laufenden bleiben wollt, checkt einfach unsere Facebook-Seite ab, Link ist auch unten in der Beschreibung. Ansonsten nochmal ein kleiner Hinweis an den Topdeck-Bonus, gesponsert von stylebutton.de, der ab jetzt bei jedem Turnier von uns aktiv sein wird. Nähere Infos dazu gibt es in einem unserer Videos davor, beziehungsweise wieder auf unserer Facebook-Fanseite. Ansonsten haben wir hier das erste Spiel, Runde 1. Da haben wir Margin 2.0 gegen GB Kollegah. GB Kollegah berühmt, berüchtigt für sein Gravekeeper-Deck. Und ja, Margin hat irgendwas anderes gespielt, das ich halt nicht zuordnen konnte. Deswegen habe ich kein Bild zugeordnet. Und er ist auch ein Anfänger gewesen, hat man gemerkt. Es soll auf jeden Fall die neuen Spieler, die unerfahrenen Spieler, nicht abschrecken, sondern ermutigen, um dann besser zu werden und dann für die nächsten Turniere bereit zu sein. Ansonsten viel Spaß beim Duell. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020